Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du willst eigentlich gar nicht weiterkommen, deshalb wird dir immer wieder die gleiche Scheiße passieren, weil du das so willst. Was ist der Grund? Ja. Und weißt du, was du bist? Ein Arschloch! Was für Musik machst du? Fox-Songs. Fox-Songs? Hast du nicht gesagt, du bist Musiker? Ein Fox-Sänger mit einer Katze! Ist nicht meine Katze, ich wusste nur nicht, was ich mit ihr machen soll. Ach ja? Dann hast du wohl auch deinen Schwanz dabei. Ich hätte dich zwingen sollen, zwei Kondome zu tragen, aber falls du es wieder tust, dann trag ein Kondom über dem anderen und wickel Isolierband drumrum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde hier gerne auftreten. Okay, spielen Sie was. Wollen Sie sich nicht die Platte anhören? Wieso? Sie sind ja hier. Spielen Sie. Spielen Sie mir was von der... Inside Llewyn Davis. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020